Ha, korrekte Koka vercheck ich. Ich bin ein Dealerin. Kokain-Dealerin vercheck ich korrekte Kokain. Nicht so billige Müll. Ich vercheck keine billige Scheiße in Dreck, sondern qualitativ hochwertige Koka. Ja, korrekte Koka, qualitativ hochwertige Stoff, Alter. Ey, voll krass, Alter. Dinger, ja, hör du, du schau, was? So Waffe vercheck ich, Alter. Stimmt das, Alter? Ha, ja, Dinger, Waffe tu ich auch vercheck, auf jeden Fall. Vercheck ich mir auch eine korrekte Wasserpistole. Kann ich machen, Alter.